Was geht, liebe Mithumans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Colon Exiles Let's Plays hier auf meinem Kanal. Ihr seht, es gab zwischen der letzten und dieser Episode eine kleine Pause, weshalb hier natürlich erstmal alles laden muss und natürlich auch die Bäume wieder regrowt sind. Ich würde sagen, wir legen los, wir bauen nach da drüben. Ja, und ich hoffe, das reicht so, zwecks Größe von dem, was ich vorhabe her. Dass unser Leben da auch wirklich cool werden kann. Das wird sich zeigen. Da müssen wir schauen, wie gut sich das umsetzen lässt. Ich glaube, wir können hier nochmal, machen wir mal so, oder? Nehmen wir das mal mit und schauen, wie weit wir damit kommen. So, wir brauchen jetzt erstmal nochmal Fundamente hier, bis es eben nicht mehr geht. Hier dürfen wir noch. Und da auch, okay. Puh, schwierig zu sagen. Ich glaube, wir sollten von hier aus die Mitte bauen. Wie gesagt, das wird sich jetzt zeigen, inwieweit das läuft. Das heißt, hier kommt unsere Brücke hin. Da hätte ich gerne, dass die alle dieselbe Flussrichtung haben. Okay, und jetzt brauchen wir die erste Stütze. Ah, wie ich immer auf Tab will. Hm, dabei ist das einfach nur nicht Tab. So, dürfen wir das da... Wer hat mich gespottet? Ah, klar. Ah, klar. Ah, klar. Ah, immer kommt ihr hier rum. Um nur, um kläglich gegen mich zu versagen. Die lernen auch nicht dazu. Die geben das Wissen nicht an die nächste Generation weiter. Greif keine Humans an. Außer, du willst sterben. Das sehen die einfach nicht ein. So, guck mal hier. Zack. Machen wir das. Okay, next up. Dann kann man vielleicht auch von hier unten, oder? Gehen wir wieder über F. Ja, so. Länge nach. Länge nach. Länge nach. Länge nach. Easy. Eines Tages kriege ich es hin. Nicht mehr jedes Mal Tab zu drücken. So, guck mal. Das ist ja perfekt hier. Mit der Fackel. Als hätte ich es geplant. Ich drücke nicht Tab. Ne? Stark, oder? Muss man mal sagen, alter P, wie du da einfach nicht Tab gedrückt hast. Das ist ja schon einer der fettesten Moves, die ihr in eurem Leben je gesehen habt, oder? Also muss man ja schon dann auch mal einfach fairerweise so sagen, wie es ist. So, guck mal. Dann gucken wir uns das. Ah, ne, da geht noch einer. Ich weiß es. Ja, eben. Langsam mal von dieser Seite hier aus an. Ja, könnte sein, dass wir Probleme kriegen und hier und da den Turm so vom Fundament her ein bisschen festigen müssen. Das würde sehr viel Stein kosten, aber es wäre auf jeden Fall machbar. Ja, und es ist natürlich schon eine gute Nummer höher jetzt hier, gell? Also, der hat ein relativ hohes Fundament dann. Ist aber alles easy. Alles kein Thema, ja? Kriegen wir alles hin. Dann mache ich mir keinen Kopf. Das wird schon. So. Und hier würde ich dann eigentlich schon ganz gerne loslegen. Das wäre dann quasi das erste Teil im Fundament drin. Oder? Noch eins weiter. Noch eins weiter. Machen wir noch eins weiter. Und das hier wäre das erste Teil im Fundament drin. So. Ja, und jetzt muss ich gerade mal schauen, wie wir das am besten machen. Das hier wäre die Grundform. Hm. So. So, so sieht das Teil hier außen aus. Dann müssen wir von da aus mit diesen Tiles gehen. Sandstein Keile. Genau. Jetzt muss ich überlegen. Ja. So, oder? Oh. Würden ist. Das wird, hm. Wenn man es nicht von innen ausbaut, ist es gar nicht so leicht. Ich glaube, ich baue es jetzt erstmal nach innen rein. Dann habe ich besser den Überblick, wie es gegen Ende sein muss. Okay. So geht es dann nämlich weiter hier. Das wird was, Leute. Das wird was. Ich sag's euch. Okay. Und jetzt bräuchten wir natürlich eigentlich schon wieder eine Stütze irgendwie. Machen wir die halt gerade mal hier. Ja, das müssen wir nachher dann alles noch zumachen. Vielleicht haben wir... Vielleicht bauen wir hier uns noch irgendwie ein Kellerabteil hin. Boah. Dann müssen wir hier aber eigentlich die letzte... Wie viele waren das jetzt? Drei, gell? Dann müssen wir das letzte da eigentlich wegmachen. Ja. Und dann haben wir da halt nicht wirklich eine Ebene Fläche. Weil hier sind wir ja um einiges höher. Ja, nee. Das wird shit. Wir müssen das unten zubauen. Das ist dann zwar ein bisschen tote Fläche. Das ist aber nicht wild. Das ist nicht wild. So. Dann gucken wir weiter. Brauchen wir die hier wieder? Und dann sind wir in der Mitte angekommen. Fast. Fast. Ja, muss man sagen. Fast sind wir dann angekommen. Dann kommt hier noch das hin. Und hier in der Mitte kommen jetzt die Tiles in einer Art Sechseck. Ach so. Oder beziehungsweise wie viele Ecken sind das dann? Ja, ihr wisst Bescheid. So in der Art ungefähr wird das dann laufen. Mhm. So. Und jetzt gehe ich da oben drauf und baue von oben aus weiter. Nee, jetzt baue ich es erstmal in die andere Richtung. Dann haben wir einen groben Überblick. Wie langstreckig das wird. So. Ja, guck mal. Dann müssen wir hier schon wieder mit einer Säule ran. Und aushelfen. Alles klar. Dann kommen hier wieder zwei hin. Dann ist es eigentlich ganz einfach, wenn man mal gecheckt hat, wie das Muster aussieht. Dann könnt ihr es euch eigentlich einfach so vorstellen. Es darf niemals ein viereckiges Teil, ein Keil, äh, ein anderes viereckiges Teil berühren. Außer die, die in derselben Reihe sind. Es klingt jetzt erstmal verwirrend, aber ihr werdet nachher dann gleich meinen, äh, wissen, was ich meine. Da bin ich mir sicher. So. Jetzt können wir hier vielleicht noch eine hin machen, oder? Ja, das passt doch perfekt hier. Easy. Ja, dann gucken wir uns die Geschichte mal an. Gehen wir mal da drauf und schauen mal. Mal gerade eh noch ein bisschen Stein mitnehmen und so. Ah, wie es da aussieht. Wird auf jeden Fall ein cooler Turm. Wird auch eine große Fläche für den Turm. Ja, definitiv. Ich gehe hierfür mit. Das größte Modell eines Kreises, das mir da bekannt wäre. Man kann aber theoretisch, glaube ich, eigentlich immer weiterbauen. Letzten Endes macht das... Macht das nix. Macht das keinen Unterschied. So, ja, guck mal. Nehmen wir nochmal Holz mit. Ah, jetzt sind wir genau überlastet. Ja, dann legen wir die Reptilienhaut ab. Dann haben wir das auch. Ich mache auch die hier weiter. Skaten. Ja, guck mal, wie klasse das hier skatet. Nehmen wir das raus. Schmeißen wir das noch da rein. Und dann läuft die Geschichte. Schön, wie hier im Hintergrund geflötet wird. Das mag ich richtig gern. Ah, muss man jetzt hier wieder alles drücken. Weil ich... Hä? Warum hat das dann nicht gemacht? Hier läuft alles. Okay, immerhin das. Immerhin das. Ja, Eisen auch schon wieder fast runtergebrannt. Ist jetzt aber erstmal egal. Wir machen jetzt erstmal hier weiter. Ja. Das wird schon... ...ein großer Kreis hier. Ja, kann man nicht anders sagen. Okay, dann machen wir hier mal weiter. So. Jetzt bin ich gespannt, wo wir überall bauen dürfen. Eigentlich ist es auch egal, wie die Fluxrichtung von denen ist. Ja, also in welche Richtung hier diese... Wißt du, wie ich meine? Diese Querstreben unten an den Teilen gehen. Denn die sehen wir dann eh nie. Ja, deswegen können wir da jetzt in dem Sinne gediegen drauf scheißen. So, dann kommt wieder hier so eins hin. Ja, ihr seht, immer, immer, immer versetzt zueinander sozusagen. Wenn man es von innen aus betrachtet, haben wir innen Dreiecke. Dann kommen Vierecke an die geraden Kanten der Dreiecke. Dann kommen dazwischen wieder Dreiecke. Und danach kommen nach den Dreiecken kommt ein Viereck. Und hier nach dem Viereck kommen drei Dreiecke. Ja, und das ist quasi euer ewiges Muster. So. Achso, hier habe ich... Ja, ja, genau. Hier müssen ja erstmal noch die Vierecke hin. Komm mal schnell durcheinander ansonsten. Zumindest ist das bei mir hier und da so. Und da brauchen wir langsam wieder mehr Fundament. Ja, und so ziehen wir das jetzt noch bis in die äußerste Reihe. Ihr seht also, das wird... Ja, schon... Schon ein mächtiger Turm so. Mit gut Distanz zum Boden. Aber wie gesagt... Was sollen wir machen? Ist jetzt halt, wie es ist. Also, machen wir mal das hier mal. Machen wir das da mal. Da will ich aber, glaube ich, noch eins hinsetzen. Ja. Das sieht man zwar danach nicht mehr, wie ich gerade schon mehrfach betont habe. Aber es stört mich dann trotzdem, wenn ich das so im Kopf habe. Ah ja, da passt es nicht so ganz. Das geht natürlich nicht. Wenn ich hier so ein Riesenprojekt angehe, dann will ich mich auch gut dabei fühlen. Das ist dann schon wichtig. Das ist dann sehr wichtig, würde ich sagen. Jetzt teilen wir das noch schnell auf und tun davon ein bisschen Aspekt. Ja, müsste das genau passen. Ideal. Ideal. Ja, und dann machen wir hier genauso weiter, wie gehabt. Also, holen wir wieder unseren Bauhammer raus. Machen hier an die Dreiecke jeweils Vierecke ran. Hier ist das jetzt ja schon der Fall. Hier noch. Dann kommen dazwischen wieder Dreiecke. Seht ihr mal, und dann geht es auch eigentlich ruckzuck hier. So das Fundament eines Turms zu bauen. Wir sind dann ja noch lange nicht durch. Ich meine, dann kommen ja noch Wände, zwei, drei Etagen. Also, da wird schon ein Projekt jetzt hier. Kann man nicht anders sagen. Wird schon ein kleines Projekt. Aber wir haben auch noch gut Stein. Und es ist jetzt ja auch kein Act mehr, wirklich für uns Stein zu farmen. Da haben wir auch ruckzuck drin. Ist ja gar kein Thema. Da haben wir ja gesehen. Okay, braucht dann schon mal eine Folge. Aber dann können wir hier auch ordentlich bauen. In dem Sinne denke ich, das passt schon. So. Das ist hier an. Da sehen wir, es werden immer mehr Dreiecke hier. Und dann haben wir da richtig schön eine annäherungsweise runde Fläche erstellt. Auf der wir dann super bauen können. So. Dann kommen wieder die hier hier. Okay, dann müssen wir hier eins hinbauen. Hoffentlich klappt das jetzt auf jeder Seite. Ja, perfekt. Und dann kommen da nämlich wieder Fundamente hin, oder? Also, ihr wisst, wie ich meine. Wie sagt man? Stützen. Also Sandsteinsäulen. Genau. Die kommen dann da wieder hin. Perfekt. Perfekt. So, hier. Und da. Erebor. Jetzt muss man halt immer außen rumrennen. Wir könnten auch von unten weiterbauen. Das stimmt schon. Aber... Ich hab irgendwie... Ich weiß nicht. Macht mir das von oben... ...mehr Bock. Macht mir mehr Spaß. So, das wird doch cool hier. Das wird doch cool. Jetzt haben wir wieder einiges an Möglichkeiten. Können wir hier noch die restlichen dran machen. Die sind jetzt wieder super gestützt. Sehen wir auch immer an der Farbe. Da haben wir schon. Hier noch. Und da noch. Und dann kommen noch die letzten Dreiecke hin. Und dann ist unser Fundament fertig. Klasse, oder? Und hier passt halt lässig ein Schrein rein. Hier kannst du zehn Schreine reinbauen. Also das nicht, aber... Dann schreien passt da auf jeden Fall rein. Ja, da macht mir keinen Kopf. Na, guck mal. Das ist jetzt unser Leben. Ist doch lässig, oder? Schon eine große Fläche, würde ich sagen. Da kann man gut... Gut was mit anfangen, würde ich behaupten. Ja, und jetzt bauen wir noch Wände Richtung Boden runter. Damit das da nicht so freistehend rumgammelt. Ja, oder? Ich find's so. Das sieht nicht sonderlich ästhetisch aus. Das sollte schon noch irgendwie Kontakt mit dem Boden haben. Machen wir jetzt noch jeweils Wände hin. Und dann sichern wir das unten mit Fundamenten. Und dann können wir immer noch gucken, ob wir da unten dann noch irgendwie was hinbauen oder so. Oder eben nicht. Das wird sich zeigen. Was meine ästhetischen Ansprüche da letzten Endes zu sagen. Und dann sieht's leider stark so aus, als müssten wir direkt nochmal eine Runde Stein farmen gehen. Und zwar eine mächtige Runde. Also nochmal mindestens genauso viel wie vorher. Obwohl man sagen muss, wir haben einen ganzen Batzen davon zu Dingens weiterverarbeitet, zu Ziegeln. Das machen wir jetzt dieses Mal in dem Sinne nicht. So, Außenseite, genau. Außenseite, genau. Außenseite, genau. Ja, dann bräuchten wir da schon Fundamente drunter. Während wir hier wahrscheinlich das zweimal machen können. Nee, noch nicht. Zieh ich mich da. Aha. Ja, nice. Da müsste doch jetzt das zweite langsam rangehen, oder? Nicht? Wollen wir da nicht unten andocken irgendwie? Muss da dann schon ein Fundament hin? Weil das wäre problematisch für uns. Ja, genau. Zeig doch einfach nach außen. So schwer ist das doch eigentlich nicht. Wie man da jedes Einzelne noch einmal drehen muss, hey. Das ist schon ein bisschen cringy, aber it is what it is. Muss dann halt sein. Wer schöne Dinge bauen will, muss leiden. Jeder kennt das Sprichwort. So, guck mal hier. Ja. 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 Hm. Ja, das wird schon ein mächtiges Projekt. Aber wisst ihr, da können wir dann erstmal alles bauen, was wir brauchen. Und darum geht's letzten Endes. Man muss halt manchmal ein bisschen Zeit investieren. Und dann können wir sich danach wieder so ein bisschen den spaßigeren Sachen widmen. Aber ich finde so bauen auch... Ja, das macht ja schon auch Bock, wenn man so dann am Ende sein Werk begutachten kann und so denkt, ah ja, sweet. Das haben wir gebaut. Genial. Das ist schon cool, ha. So, dann muss der hier, glaub ich, weg. Hm. Wollen wir ernten Progress, okay. Haben wir da also heute eine Quest drauf. So, klasse. Okay. Und jetzt müssen wir da irgendwie Fundamente ranbauen, wenn ich das richtig verstanden hab, ha. Ja. Okay. Das heißt, das hier muss weg. Und die hin. Okay. Dann müssen wir da natürlich immer gucken, dass wir das auch richtig machen. Ja, dann kommen hier Dreiecksfundamente hin. Und hier wieder viereckige. Ach. Ach, ach, ach. Ja. Solange wir da noch unseren Progress füllen, ist ja alles cool, ha. So, schaut mal. Die kommt weg. Dann kommt es da so hin. Dann kommen hier, gibt's da, ja, perfekt. Guck mal, da haben wir die Dreieckigen Dingensfundamente. Easy. Genauso muss es sein, ha. Hä, warum fehlt da eine? Hab ich die noch nicht gemacht oder ist die irgendwie kaputt gegangen? Hä? Hab ich da einfach eine vergessen? Das, äh, würde ich behaupten, sieht mir eigentlich nicht ähnlich. Wie dem auch sei. Äh. Naja. Und jetzt geht's halt damit los. Wisst ihr, das ist dann so intensiv. Zwecksaufwand. Ich meine, ja. Müssen wir halt unten bauen, damit wir oben bauen können. Brauchen wir halt die doppelte Menge, so. Aber das, ja. Ich wollt's so. Ich wollt's so. Ich wollt's einfach so. Was soll ich sagen? Ich hab mir das so ausgesucht. So, dann, äh, nee. Zieht da einen Sturm auf. Dann Stein, Fackel. Nee, platzierbares Objekt bewegen. Genau. Irgendwas hat mich bemerkt. Warte mal sehr schnell hier hin. Ups, ah, ich hatte mein Katana schon draußen. Hm, hm. Dann nehmen wir dann, wie das hier jedes Mal passiert. Wir müssen da irgendwann so einen Zaun hinbauen, damit das nicht mehr passieren kann. Oh, Mann, ey, oh, Mann. Ja, und jetzt würd ich sagen, geht noch mal ordentlich das Gegrinde los, ha? Muss schon sein, muss schon sein. Machen wir hier schnell die Reptilienhaut rein. Hat das jetzt geklappt? Ah, nee, manchmal will das einfach nicht. Check dann auch nicht ganz, warum. Vielleicht drückt nichts anderes als sonst. Aber manchmal sagt's einfach, nee, P, seh ich grad nicht so ein. Seh ich grad gar nicht so ein. Okay, Holz haben wir auf jeden Fall noch genug. Das ist wirklich erstmal nur Stein, was wir da brauchen. Das heißt, wir nehmen wieder unseren Träger mit. Äh, ja, für Stein brauchen wir mal noch ein bisschen mehr Leben auf unserer Spitzhacke. Und dann können wir da eigentlich direkt losgehen. Eieiei, Leute, das wird ein mächtiger Turm. Das wird ein richtig mächtiger Turm. Der wird komplett crazy. Aber komplett crazy. Das ist aber auch gut, weil, wie gesagt, da können wir dann alles und drei Tage reinbauen. Dann können wir uns die nächsten Episoden darauf spezialisieren. Und dann einfach richtig dabei zuschauen, wie unser Leben in Conan Exiles gedeiht. Keine Sorge, das Krokodil hab ich gehört, aber ist mir gerade relativ wurscht. Wir sind jetzt grad beschäftigt. Das ist alles Krokodil mit jemand anderem Ramazamba machen. Wir haben jetzt keine Zeit. Wir haben jetzt einfach keine Zeit. Mal nehmen wir da bei Gelegenheit ein bisschen Eisen mit. Mal eigentlich echt einfach alles abhacken, was halt so rumfleucht. Achso, ist das jetzt wirklich... Ach, komm mal. Da ist er schon wieder Level abhacken. Alter. Ich sag's euch, die Krokodile hier bei unserer Base, die sind, glaube ich, von Tycho RC. So wie der Air Rebound. Kennt den noch jemand? Seid ihr zu jung oder zu alt dafür? Der Air Rebound, Alter. Als ich damals schon dachte, dass Werbung scheiße ist. Und mittlerweile... Alter. Ist ja... Stellenweise katastrophal. Aber ich glaub, wenn man sich heute Werbung von noch sehr viel früher anschaut, dann ist das auch immer wieder Pain. Also so... Ich kenn da diesen einen Werbeausschnitt. Da fragt so eine Frau so ihren Mann, der hat da grad so in einem teuren Auto, macht so Business. Ja, wie man's halt kennt. So Klischee und Stereotype aus der Hölle. Und dann sagt sie so, ja und, was wollen wir denn heute Abend essen, gell? Also, ah, wenn du mich schon so reizend fragst, dann koch doch, was dir selber schmeckt, gell? Also. Yo, das wär heutzutage, würdest du instant gecancelt werden. Oh Mann. Ja, ja. Das Einzige, was sich niemals ändert, ist, dass sich alles ändert, ha? Ja, das ist schon einfach... Eine, ich würd sagen, wirklich eine der wenigen sozialen Wahrheiten, die ich ohne weiteres anerkennen würde. Würde ich schon sagen. Das stimmt einfach. Alles ist im Wandel. Das läuft meistens. Da gibt's wenige Sachen, die irgendwie im Sozialen gleich geblieben sind, letzten Endes. Letzten Endes gibt's ja nicht viel. So, schauen wir uns die Geschichte hier an. Brauchen so viel Stein, wie noch nie. Brauchen komplett alles an Stein. Komplett alles, was es hier gibt, nehmen wir mit. Kann ich da beide auf einmal hacken? Ja. Ja. Leider etwas zu spät. Da war die eine Ressource schon gekloppt. Einfach Stein farmen, einfach Stein farmen. Ja, da muss ich schon sagen. Das wird aber halt auch einfach ein epischer Turm da drüben, oder? Ich find jetzt schon, das Fundament hat schon was, oder? Wird schon ein ziemlich großer Turm. Kann man nicht anders sagen. Alter Leute, da werden wir so viel Wissen anstauen. Ja, da werden wir Alchemie drin betreiben. Da werden wir zaubern. Da werden wir Landwirtschaft drin machen. Da werden wir oben unsere Gottheit, namentlich der Keto, anbeten und verehren. Und in ihrem Namen, richtig harte, wie sagt man denn da, gibt's dafür irgendwie einen beschönigenden Begriff. Wir feiern da Orgien im Namen der Ketos. Und ja, da wird halt auch hier und da mal jemand getötet. Ach doch, das klingt doch eigentlich ganz nett so. Finde ich schon. Ja, ja. Eigentlich können wir den Hit von denen immer easy mitnehmen, diesen Kreisel-Dash. Weil das eh unsere masochistische Ader easy wegregelt. War kein Thema. Schon längst wieder vollgeheilt. Ist überhaupt kein Problem für uns. Okay. Ja, das waren jetzt erst 2K. Ja, das stimmt mich. Äh. Ja. Das stimmt mich auf diverse Art und Weise, sag ich jetzt mal. Lässt einen schon über das Leben nachdenken, so. Ich wünschte manchmal wirklich, ich würde... Wisst ihr, man könnte jetzt ja schon unterstellen, hey, das ist ja schon ein bisschen stupide, was du hier gerade machst. Du läufst halt von A nach B und hackst da auf Steine ein. Ja, finde ich, kann man schlecht was dagegen sagen, oder? Was mal aber, was ich gerne manchmal einfach so für mein Leben gerne hätte, ist so die Tatsache, wenn ich drüber nachdenke, dass ich das hier mache. Und dass ich das hier auch gerne mal stundenlang mache. Ey. Warum fällt es mir dann so schwer, irgendwie was zu lernen? Oder irgendwelche anderen. Ich sag mal eher, wenn das sowas, sowas Eintöniges ist. Warum macht man das in Games so viel lieber als im echten Leben? Und ich glaube, der Schlüssel zur Beantwortung dieser Frage liegt in der Art und Weise, wie man im Leben Ziele formuliert. Ich mach das jetzt hier, damit ich an einem Tag... Was heißt in einem Tag? In ein paar Stunden einen kompletten Turm hochziehe. Und im echten Leben, was weiß ich, lerne ich fünf Stunden, um die ersten fünf von hundert Stunden für eine Klausur gelernt zu haben, oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Also, die Greifbarkeit ist anders und ich würde auch behaupten, ich mag zwar mein Studium, aber die Ziele da sind mir sehr viel egaler und auch sehr viel ungewisser als die in einem Game. Hier weiß ich, was mich erwartet. Im echten Leben erwartet mich aktuell ein Häusermarkt, der komplett am Arsch ist. Eine Umwelt, die besorgniserregend ist. Also, vor allem in Betracht aufs Klima. Ich sag mal, eine etwas ältere Riege, was Überbleibsel in der Politik betrifft, die das reichlich wenig interessiert. Oder zumindest, vielleicht interessiert's die, aber bestimmt nicht ihre Lobby. Und Geld interessiert die halt irgendwo schon auch. Da ist dann immer schwierig. Da ist dann immer schwierig. Will nicht sagen, dass Lobbyarbeit was Schlechtes ist. Ich meine, coole Sachen können ja auch eine Lobby haben. Passiert nur leider noch nicht allzu viel, wie ich finde. Aber das wird schon noch kommen. Das wird schon noch kommen. Ich sag's immer wieder. Ich sag's immer wieder. Ich bin, ich ernähre mich selbst seit einer Weile, Weile vegetarisch. Aber es gibt hier und da Ausnahmen, sag ich ganz klar. Wenn ich zum Beispiel mit irgendjemandem unterwegs bin und irgendeine Person bestellt sich whatever. Lass es ein Döner sein oder so und schaff den nicht, dann ess ich den doch auf, bevor ich irgendwie sag so, oh ja, jetzt musst du halt damit leben, dass du es jetzt wegwerfen musst und so. Also da bin ich, ich sag mal, nicht ganz so hinterm Prinzip, ey, der Mensch sollte keine Tiere essen, sondern ich bin wenn dann hinter dem Prinzip, ey, der Mensch sollte Tiere nicht so essen, wie wir das jetzt gerade praktizieren. Also die Art und Weise, wie wir an diese Tiere herankommen, die ist mir halt zuwider aus der Hölle. Ja, also ey, wenn ich mir vorstelle, du lebst irgendwo in der Wildnis und fängst dir da mal einen Fisch und isst den. Und das dauert echt lang. Und du isst dann auch den kompletten Fisch, weil, ja, ist ja nicht so selbstverständlich, dass du dann was zwischen die Beißer kriegst. Dann ist das halt ein ganz anderer Approach, als wenn man daheim mal den Kühlschrank ausmistet, ja, und da halt ein paar, was weiß ich, volle Packungen Fleisch dabei sind, aber die sind halt leider schlecht geworden, kacke. Ja, das ist dann halt eine andere Hausnummer, so finde ich, ja, will ich hier auch niemandem aufschwatzen oder so. Aber ich beobachte seit Jahren voller Faszination, wie riesig mittlerweile die verschiedenen vegetarischen und veganen Ersatzprodukte werden. Ja, wie die auch eher billiger als teurer werden, was ich geil finde, denn umso mehr die gekauft werden, desto billiger werden die früher oder später. Ja, die Produktionswege werden größer. Und das einzige Argument, wo ich sagen muss, das will ich nicht hören und da würde ich auch mit niemandem drüber diskutieren, ist das Argument, wenn es dann heißt, Ja, aber wegen euch pflanzt man dann voll viel Soja an oder ey, dein Essen, du isst meinem Essen das Essen weg oder so. Ja, come on, come on, lass ich, ja, wie gesagt, ich hab doch da auch nichts dagegen, iss doch dein Fleisch, ist doch mir vollkommen egal. Muss ja jeder mit sich selbst vereinbaren, das ist ja nicht mein, das ist ja nicht mein Problem, letzten Endes. Ich wollte nur gesagt haben, ich find das cool, wie das gerade wächst. Also ich weiß noch, als ich hier angefangen hab zu studieren in dieser Stadt, deine Kehle ist völlig ausgedörrt, ja, dann trink mal hier mal was. Als ich hier in meiner Stadt angefangen hab zu studieren, vor jetzt fast viereinhalb Jahren, war das Regal, in dem es vegetarische, vegane Alternativprodukte gab, ziemlich klein und überschaubar. Und mittlerweile ist das ein eigener Flur. Und auch bei allem. Wisst ihr, wie ich mein, also, vegetarisch schließt ja zum Beispiel Milch und Eier noch mit ein. Denn, das esse ich aber schon ziemlich lange nicht mehr, zumindest wenn es sich verhindern lässt, ja, ist dann, was esse ich, hier und da gar nicht so leicht. Für mich, für mich, ja, also klar, wenn man, wenn man sich die Zeit nehmen will und da auf alles achten, dann kriegt man das schon hin, da bin ich guter Dinge. Mag ich nicht immer machen, aber, wie gesagt, find ich es auch in dem Sinne jedem selbst überlassen. Ich find trotzdem die Entwicklung schön, das gefällt mir einfach, das ist einfach eine schöne Entwicklung. Wisst ihr, wie ich mein, und da ist mir auch letzten Endes egal, wer da wie viel und was. Du kannst nicht Leuten von heute auf morgen, kannst nicht von heute auf morgen verlangen, dass Leute ihre kompletten Gewohnheiten über den Haufen werfen, ja. Und das find ich einfach schwierig hier und da, wenn man das so voraussetzungsweise macht, wisst ihr, wie ich mein. So, wir müssen jetzt alle damit. Ja, schwierig. Dann müssten wir schon viel, ne. Aber, klar, an und für sich wäre es gerade, ich würde mal behaupten, ich glaube, das, was die jüngeren Generationen so schwierig finden, von den Älteren nachzuvollziehen, ist, A, versteht die ältere Generation zum großen Teil, glaube ich, nicht die Brenzlichkeit der Situation und wie ätzend das ist für Leute, die jetzt halt langsam irgendwie starten, über ihr Leben nachzudenken. Und B, ist das andersrum halt genauso, ey, die haben das halt seit immer so gemacht und die haben da ja für gekämpft und gearbeitet und die wollen das sich halt nicht nehmen lassen. Ja, wie dem auch sei, Polytalk beendet, Leute, ich wünsch euch was. War ne erhabene Episode, in der viel gegrindet und viel gebaut wurde. Haut rein, lasst Liebe da, stay hydrated, stay cold in Exiles, euer P, ade. Hä? Alles, was ich mache, ist für meine Gang, ja. Alles, was ich mache, ist für meine Fans, ja. Alles, was ich mache, ist für euch da draußen, also abonnieren und Daumen nicht vergessen, sonst gibt's Haue. Der Garo ist heute wieder vollbepackt, ja. Ich denke, der Bandit hat heute wieder vollbepackt, ist mir scheißegal, Hauptsache das Bein ist ab. Yeah, Lil Baker Man.